Musik 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 Das ist mein Scheißproblem oder unser Scheißproblem 거야 Musik Musik ich bin nicht an der Hand gegen die Strömung bergauf ich hab auch nicht so gesagt gegen die Strömung wie sind wir? ja gegen die Strömung bergauf es ist ein Scherp es ist ein Scherp kann ich hier eins nehmen? bei mir? ich glaub nicht ich hab immer so viel Spaß ich auch wer weiß vielleicht sind wir bei der irgendwann noch mal was zusammen ich würd sowieso noch so zu mir gehen und vorstellen so in dem Sinne könnte ich mir auf jeden Fall am besten noch mit Flo dann noch zusammen ich liebte das Leben ab! Alter, da kommt noch was Alter, ich war nicht Sumpfleder hier! 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 vielleicht vor die Buhr, glaub ich, das ist nicht vor so! so! Soll ich denn jetzt aus allen trotzdem Bücher machen? Ich glaube ich habe nicht genügend Holz, ich brauche Holz. Ich habe kein Holz. Ich und mein Holz. Gehe. Es wird strech. Warte. um um die Bündnis die Bündnis die Bündnis Landkreis erster das benutzen die Städte von den anderen so was ist schon zwei ja zwei Jahren verliebt weiter t egal wo ich das jetzt nicht in den Scheißen hatte ich nicht noch eins was er auch nicht 8.000 haben das war jetzt ist überall ein schweißer in der dritte was wir das diesmal ein ich wollte nicht wenn die fleischung ist hier in der russerfahrt nicht auf 26 der ich habe acht gebraten das habe ich vielleicht nicht auf zwei gebraten hühnchen und um einen zu probieren immer noch in der anderen Pool noch hast du nicht gesagt dass er ein Stein weil ich brauch ein Stein damit ich 60 hab damit es auch durch vierteile ist das ist nicht gesagt insofern ist nur ein Stein ich brauch so ein einpublikes Stein du hast gesagt du hast glaub ich fünf das heißt dann glaub ich alle und aber ich hab die Zeit ist gut das ist auch so ein Ständer machen ich bin ich hab auch aus das ist geil ja das ist geil ja ich schaue mal was ich auf meine Brustplatte bekommen könnte Kommt Feuerschutz 3 Halt, Hebron, Level 26 Hä, was stößt denn? äh das ist immer so schrecklich Halt, die sind drei Steißbücher und Leute, die sind zu trinken Hä, warum? Hä? Ach, dann hast du die vorhin eingesammelt, wo ich dann... Ah, das kann gut sein So, da hab ich auch... So soll ich die... Ähm... Ist ja schon so frei Ja, irgendwie ist dein Zimmer so... Ja, so entdrückend Nee, guck mal, von meiner Perspektive in dein Zimmer Ja... Ja... Und jetzt guck mal in mein Zimmer Meins ist so aufgerollt Meins wird ja auch nur aufgerollt, aber das ist ja... Das ist Müll, Trudier, drin Das ist Mülleimer, letztendlich... Ja... Da steht da zumindest doch halbwegs gut Das stimmt Wie mache ich das nochmal da dran? Äh... Die Rüstungsteile in deinem... Head-up-dinger Genau Und dann einfach mit L2 Jiii! Jiii! Ich wüsste natürlich nicht kaputt geht Woher denn? Zum Glück wurde dadurch die Rüstung nicht gedamaged Das ist klar Das wäre jetzt nicht zu tun und... ... woher denn das ist ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jörg Ich hör' nein, weil's Ach, das ist mal Ja... Jörg 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 Einfach nur, weil mir das lieb zu befinden Jörg 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 dann kannst du dich auch gut behaupten nö das ist ja und das Thema heute es heißt Holz ich oh mein, ich oh mein Holz Holz sieht sehr schön aus Holz ist viel Zeit ich oh mein Holz du kannst es verbrennen, du kannst es sägen ich oh mein, ich oh mein Holz ja, mein Durst verbrennt dann spendet es wärmer und, was heißt aber, hat sich dieartigste äh, 532 er ist bei uns 2 Innst inv Gold im ein in ich W달 HR das hat hier noch ein Jahr was er aber nicht nach oben auch nach ich weiß nicht wie es ist was ich nachdem in der Zeit kurschen sind mit dem Ziel weil ich habe davon gesprochen und weil wir beide das ist unser gemeinsames leben ich habe doch gesagt ich will das hier so ein bisschen altklinik gestalten so mein haus soll ja so werden hier kommt ja so ein kleiner hof hin hier kommt ein stall hin für mein pferd und da kommt ja auch so anbau hin von pflanzen nicht pflanzen aber allessen so und da ist die brücke da hinten wohnst du hier unten soll ja so eine art fischhaus sind und hier kann man sagen will ich ja so eine treppe machen hast du dafür so eine geile idee also letztendlich aus steinzigeln wir können es aber auch sonst aus pflasterstein machen wenn du es lieber willst ich finde nur aus steinzigeln sieht es epischer aus ich habe eine ganz andere idee ok lass hören